Willkommen bei den Fotokollegen. Heute wieder kurz gesagt die Bildbesprechung in Kürze. Liebe Anke Grau, du hast uns das Foto eingeschickt. Wir sehen auch Grau in Grau in dem Sinne. Verzeih mir diesen Fauxpas. Wird wahrscheinlich die Universität Bochum sein, das Forum. Wir haben sehr schöne Lichtstimmung von hell nach dunkel. Wir haben sehr viele Schatten auch. Also unten im Bild haben wir es ein bisschen heller. Nach oben hin wird es dunkler. Es ist aber unten nicht zu hell. Man könnte vielleicht überlegen, das ein bisschen abzudunkeln, aber wir würden uns hier eher für einen Schnitt entscheiden. Und wo würdest du schneiden, Thomas? Tja, also was mich so ein bisschen stört an dem Foto ist hier oben diese Ecke. Die passt eigentlich nicht so richtig zu diesen strengen Geometrien, dieses Arena-artige. Das ist ja eher begrenzt. Und nach hier oben geht der Blick eigentlich raus. Ich würde praktisch hier an dieser Kante schneiden. Ich würde fast ein Quadrat draus machen. Das wäre mein Vorschlag. Zeig das mal mit der Pappe, damit wir das schon mal anzeichnen können. Ich schätze in etwa hier würde ich schneiden. Dann ist es in etwa quadratisch. Und es hat von dem Gesamteindruck, wird es eigentlich nichts verlieren. Okay, machen wir das mal. Machen wir mal. Gut. So, nachdem der Rollenschneider schnipschnapp gemacht hat, haben wir jetzt ein eher quadratisches Format. Genau. Alles Bildinhaltliche ist drin. Und hier oben haben wir halt das Kopfsteinpflaster ein bisschen verloren. Ich hoffe, du kannst mit diesem sehr heftigen Schnitt etwas anfangen. Ich hoffe, es tut nicht zu sehr. Weh. Dann, Anke. Bis bald. Bis bald. Tschüss.